Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir präsentieren euch wieder eine neue Immobilie. Und zwar geht es heute um dieses neuwertige Einfamilienhaus in Nordhorn-Degfeld. Hier einmal ein kleiner Schwenk hier mit Garage. Und wie das von innen aussieht, das schauen wir uns jetzt einmal an. Kommt gerne mal mit rein. Wir sind jetzt durch die Hauseingangstür reingekommen. Wir befinden uns jetzt hier auf dem Dielenbereich. Wir gehen hier einfach mal komplett durchs Erdgeschoss durch. Hier auf der linken Seite einmal ein sehr großzügiger Garderobenteil. Als nächstes kommt dann hier einmal das Gäste-WC. Ebenfalls sehr schön ausgestattet mit Waschbecken, WC und Urinal. Ich zeige euch die Diele vielleicht nochmal von dieser Seite. Hier auch mit dem Treppenaufgang. Dann gehen wir hier einmal rum. Hier haben wir noch so einen kleinen Abstellraum unter der Treppe. Ebenfalls sehr praktisch. Und von hier aus gelangen wir dann auch direkt in die Essküche. Da sind sehr große Schrankflächen vorhanden. Da ist ordentlich Stauraum. Hier nochmal ein kompletter Blick durch. Von hier aus gehen wir dann auch gleich rüber. In den Wohn- und Essbereich, der sich dort befindet. Ich zeige euch aber hier noch einmal den Hauswirtschaftsraum. Die ganze Haustechnik auch verbaut wurde. Zugang nach draußen ist hier vorhanden. Waschbecken und natürlich auch ein direkter Zugang zur Garage. Wir gehen dann hier noch einmal rum. Denn der Wohn- und Essbereich fehlt hier noch. Hier zunächst einmal das Esszimmer, das direkt zum Wohnzimmer übergeht. Wir können dann von hier aus direkt nach draußen gehen. Haben dann an dieser Seite, das ist eben von draußen, noch eine überdachte Terrasse. Und wenn wir hier rausgehen, haben wir noch eine offene Terrasse. Kann man sich also sehr schön aufteilen. Das war unser Rundgang hier durchs Erdgeschoss. Wir gehen jetzt erstmal nach oben. So, wir sind jetzt einmal hochgelaufen ins Startgeschoss. Und machen natürlich auch hier einen ausgiebigen Rundgang. Wir starten hier auf der linken Seite und gehen in den Wohnzeigersinn durch. Hier haben wir zunächst einmal das Elternschlafzimmer. Als nächstes folgt dann das erste Kinderzimmer. Dann haben wir hier noch ein extra Zimmer, was man ideal als Gästezimmer nutzen kann oder als Büro. Ebenfalls sehr schön hell durch das Dachfenster. Geradeaus durch haben wir dann Kinderzimmer Nummer 2. Und natürlich darf auch das Badezimmer nicht fehlen. Das haben wir hier. Wirklich komplett ausgestattet. Hier mit zwei Handwaschbecken, WC, Badewanne und natürlich auch Belie-Bara-Lusche. Das war unser Rundgang durchs Haus. Wir machen jetzt draußen weiter. Wir sind jetzt einfach mal durch die Garage nach draußen gegangen und sind dann hier auch schon im Gartenbereich. Wir haben hier ein kleines Gartenhaus. Ideal als Stellfläche nutzbar. Und hier haben wir einen herrlichen Überblick über den Garten. Hier ist dann einmal der Außenzugang. Und hier kommen wir dann zum S-Bereich, durch den man natürlich nach draußen gehen kann. Und hier hat man eine wunderschöne überdachte Terrasse. Kann man also auch nochmal schön was hier draußen stehen lassen. Das Grundstück ist komplett eingezäunt. Und wenn wir hier um die Ecke gehen, haben wir dann hier noch eine offene Terrasse, die dann durch das Wohnzimmer begehbar ist. So, und das war es dann auch schon mit unserem Rundgang hier durch dieses neuwertige Einfamilienhaus in Nordhorn-Degfeld. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Immobilienteam der Grafschafter Volksbank. Die Grafschafter Volksbank. Vielen Dank.